Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zurück und oder neu auf unserem Kanal. Heute habe ich hier wieder Hilfe. Gerade spielt er verstecken. Wir brauchen heute eigentlich nur zwei Zutaten. Was brauchen wir? Schokoriegel! Und? Apfeldein! Bisschen leider. Und die kommen heute, die Schokoriegel kommen in den Blätterteig und das Ganze kommt dann für 10 Minuten, Viertelstunde in den Ofen. Und dann können wir essen. Also, ich drehe euch rum, damit ihr alles seht. Und dann legen wir los, würde ich sagen. Jetzt kannst du den Blätterteig mal ausrollen. Jetzt kannst du den Blätterteig mal ausrollen. Wie viel wir brauchen? Weil die wollen wir nicht alle brauchen dafür, oder? Ist es mir hier einnehmen? Du darfst dir auch einen nehmen. Ja! Irgendwie glaube ich, ich mache das heute alleine. Ich habe hier nur Unterstützung in Form von erfuttert. Schokoriegel! So. Und dann. Ja. Ja. Genau. So, pack du mal für mich aus. Das ist nicht schlimm. Genau. Passt schon. Ich denke noch drei Stück. Na dann alle kann ich fressen. Was tun wir? Essen. Oder nicht fressen. Essen tun die Tiere. Ich will auch. Stimmt. Du bist der Mensch. Du bist auch ein Tier. Genau. Genau. Pass auf, das wird sonst heiß warm. Die Schokolade schmilzt in der Hand. Ein bisschen nah. Nee, das ist ein bisschen nah, meinte ich damit. Soll ja auch ein bisschen Teig drumrum sein, oder? Genau. Das heißt, wir gucken mal, warte mal. Ich glaube zwei kriegen wir noch drauf. Machen wir noch zwei. Ja, okay. Guck mal. Und dann? Ja. Zwei kriegen wir noch. Ja. Ja. Genau. Also esse ich. Dann gibts doch auch eins, zwei. Papa und der Mama, oder? Ja. So. Recht aufgeteilt. Super. Und jetzt? Nein. Schneidest du einmal hier durch. Ja. Ja. Vorsicht. Nicht genau in der Mitte. Ja. Weiter, 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 weiter. Okay. Super. So. Hast du toll gemacht. Jetzt kannst du mir gleich weiterhelfen. So. So. Hast du den Papa's rein? Warte mal. Nochmal. Blech. Hopp. Guck mal. Jetzt nimmst du die Schoki. Und rollst die da rein. Und klebst das aneinander fest. Und hier unten machst du so ein bisschen Geknatsche. Und dann legst du das Blech. Und dann legst du das Blech. Hup. 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 Da haust mir doch glatt die Schoki ab. Hup. 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 richtig toll machst du das ist meine große hilfe mein schatz da musst du jetzt vorsichtig sein weil das die gebrochene schock hier ist okay Soll ich das letzte machen oder willst du das? Okay, das will ich nochmal regeln. Dann kommen die jetzt bei 180 Grad. So 5 bis maximal 15 Minuten in den Ofen. Müsst ihr gucken, wenn sie richtig schön goldbraun sind, können sie dann raus. Tschaui, bis später. Sie sind fertig. Ich habe mal einen aufgeschnitten. Richtig toll geworden. Ich werde jetzt nicht reinbeißen, denn die sind noch knalle heiß und Conor will mit seinen schon abhauen. Der hat Hunger. Das war's von uns für heute. Wie ihr seht, da hinten stehen noch ein paar. Wir haben jetzt für heute und morgen zu naschen. Tschüssi, eure Corrie. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017